Hallo und herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge von zur mittlerweile dritten Folge Emergency 4 jetzt mit dem wie angesprochen Brand den man hier schnellstmöglich löschen möchte da kommt dann natürlich immer komplette Löschzug anders geht es nämlich nicht gut der Besen einmal hier aus dem Besen nehmen der darf hier einmal verstreuen der Kollege muss einmal weg es wurde eine Nahrungsmittelvergiftung gemeldet versorgen sie das Opfer und transportieren sie es ab wo denn gutes Abdomen da schon wieder ein Bombenfund wo ich aber nichts machen kann ok egal ähm 24 die einmal mit PA die einmal mit PA 24 dann super so lange es nur das ist es ist es ok ok aussteigen ja Schlauch nehmen aber weißt du warte warte ich mach das ganz einfach einmal alle ansteigen und jetzt schnell angriff das geht nämlich einfacher und vielleicht reicht es dann auch schon direkt ich weiß es nämlich nicht kann sein kann aber auch nicht sein der hat den Schlauch der muss einmal ran kuppeln und der hat die Kupplung ja ok das ist blöd wir müssen doch jetzt alle höre äh Schlauch und nehm hier ja Schlauch einmal dran befestigen und auf dem Weg ja einmal dran befestigen der Kollege der Kollege darf einmal das Auto hier benutzen damit die Wasser haben die beiden dürfen dann das Feuerchen da löschen so das akute Abdomen ist hier und der RTW ist hier ne hier der ist näher dann nehme ich doch den hier den packe ich da hin und wie sieht es aus aaaah nicht gut ok da ist ein ein die Drang dann einmal hier eine die Drang dann einmal hier die soll es wirklich ja schon die Depp und dann einmal hier ans Auto dran damit das sich nicht ausbreiten kann sondern nur bei diesem Sonnenschirm bleibt aber das ist sehr gut abkuppeln Kollege du musst einmal ja höre schon unterwegs höre bin unterwegs sofort was gibt's ja ja bestätige so oooh shit ok das ist nicht geil das ist jetzt doch ein bisschen zu viel ähhhh wo ist denn der Kollege Kreislauf geht rund oder da drinne ich weiß es nicht ok wo ist denn der Kollege Ich schicke da jetzt mal einen rein. Irgendwas muss es ja sein. Ich muss auf jeden Fall nachalarmieren. Er lauft doch auch. Und zwar hier mit dem. Einmal bitte Nachalarmierung. Wo ist er? Da ist er. Ist in Arbeit. Ganz gut. Der ist voll. Dann warte ich aber noch. Ist das... Ja, das sind beide RTNA. Dann muss ich hier den Notaus auch noch mit schicken. Aber jetzt muss ich mich erst mal hier drum kümmern. So. Ach, das ist fertig. Und dann... Höre. Aber das steht komischerweise noch immer nicht. Ja. 24. Hm, nein. Das war... Nein! Was macht der? Was macht der da? Hör auf! Mensch, einsteigen. Ich auch. Einsteigen. Ah, wenn das so sein muss. Einsteigen. Gut. Und einmal einsteigen. 24. Ich hoffe, das geht jetzt. 12. Ja, das geht. Gut. Kilo. Die dürfen dann wieder zurück auf Wache fahren. 24. Nur der irgendwie nicht. Ja. Du sollst doch einfach nur aufhören, Mensch. Ist das denn so schwer? Auf dem Weg. 24. Nein, nicht. Kein Lichtmast. Ah, ich geb's auf. Ach ja, hier. Ist ja auch noch was. Ja. Ja. Einmal nochmal Ölbindemittel. Der muss dann einmal hier hin. Hat der den Besen? Ja, hat er. Hier bildet sich auch schon langsam ein kleiner Stau. Und deswegen. Der Kollege einmal weg. Einmal hier auch wegwischen. Die dürfen dann wieder nach Hause fahren. Die dürfen dann auch nach Hause fahren. Wenn der Kollege da vorne fertig ist. Und die dürfen die Sträffe weiterfahren. Fertig. Fertig. Schön. Gut, dann dürfen die jetzt nach Hause. Äh, die beiden werden versorgt. Dazu so. Einmal Medicbox. So. Der dann dahin. Der holt sich die Trage. Und hebt dann diese Person auf. Diese geht dann hier hin. Genauso wie die hier. Da fehlt aber noch jemand. Genau, du da. Auch einmal mit rein. Und damit ist der hier voll. Und der hier ist voll. Einmal. Okay, der wird jetzt hier wieder befüllt. Zeige ich jetzt mal. Darf dann losfahren. Der hier darf auch losfahren. Uniform. Und es bleibt trotz allem noch dieses Problemchen mit dem Auto. So schön wie der Rosenbauer auf ist. Was gibt's? Du sollst aufhören, verdammt! Lichtmast abbauen. Oder ich versuche es nochmal ganz einfach. Schnellangriff. Weiß hab ich ja auch angefangen. Vielleicht geht das. Äh, nein. Hab ich hier gut. Auf dem Weg 24. 24. Medizinischer Notfall. Eine Person ist gestürzt und hat sich leicht verletzt. Leicht verletzt. Und abtransportieren. Nix leichter als das. Faktoren auch da? Also, okay. Ist ja auch schon direkt hier um die Ecke. Bedeutet, sollte auch schnell gehen. Mit den RTW hinschicken. Da oben an der Wache geht's los. Achso, ja. Hier ist der Notarzt. Warum ist der hier? Der soll nach Hause fahren. Der ist schon die ganze Zeit da wahrscheinlich. Okay. So und so. Warum geht das nicht? Das ist jetzt gut. Gruppenführer raus. Schnellangriff. Nein. Nicht mal. Nein. Was soll der denn so machen? Was soll der denn bedienen? Dichtmaterial. Pumpe starten. Ich baue einfach mal kurz einen Angriff auf. FDV 3. Fahrzeugbrand, ausgelöst durch einen technischen Defekt. Löschen Sie den Brand, transportieren Sie das Fahrzeugtag ab und wenn nötig versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Deren Job sein, aber es geht ja nicht. Okay. Dafür darf die Polizei auch nochmal kurz mitkommen. So. Warte. Nochmal kurz einen Schlauch holen. Ankuppeln. Und gucken, ob man irgendwie... schon unterwegs. Was gibt's? Pumpe starten. Pumpe ist gestartet. Höre. Ist denn Arbeit? Okay, das ist jetzt echt blöd. Na, dann kann ich da nichts wirklich näher dran machen. Schnellangriff. Ich hoffe, er ist kapizier. Nein, nicht deren Ernst. Nein, was warst du da? Ähm. Ähm. Hier steht unter Schock. Versorgen und abtransportieren. Ah. Wir sind unter Schock. Das ist einfach. Okay, den, äh... Den Neff kann ich jetzt auch vergessen. Schockzustand ist RT, ne? Ja. Schockzustand ist RT. Dann einmal... Nee, das ist näher. Hier irgendwo auf dem Boden? Oder... Drinne. Hier auf dem Boden. Gut. Gelöscht. Gleich. Gut. Wo ist Polizei? Da ist Polizei. Robio. Wen unterwegs? Gut. Gelöscht ist. Dann einmal abkuttern. Hier einmal... Auf dem Weg. Höre. Dann einmal nach Hause fahren. So hätte es gerade eben auch gewesen sein müssen. Nein. Blöderweise, komischerweise klappt das nicht. Romeo. Was gibt's? Äh, Quatsch. Bin unterwegs. So. Hat sich alarmiert und auf dem Weg. Alles schön. Gut. Dann, würde ich sagen, geht es in der nächsten Folge. Und somit dann in der letzten Folge. Für die Zeit weiter. In diesem Sinne. Haut rein, Leute. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.